Hallo, hier ist Martin von MoneyMonkeys. Das ist die DAX-Analyse für nun Mittwoch, den 18. August 2021. Wir befinden uns weiterhin in der kleinen Verfallswoche. Am Freitag rechnen einige Optionen auf den DAX ab. Und ja, der gute Kerl dreht und tanzt hier weiter, dass es allen schwindelig wird. Das ist, ja, nicht von der Hand zu weisen, dass hier momentan wieder einige ganz schön schnauben. Aber weil die Hauptbewegung eigentlich übers Gap bringt und dann halt rumeiert und rumentänzelt halt. Wir sind wieder tiefer als am Vortag. Wieder einen tieferen Tagesfluss. Wieder, da brauche ich gar nicht gucken, das sehe ich jetzt hier schon, wieder eine grüne Tageskerze. Ja, wieder das Abwärtsgap, tieferes Tief, tieferes Hoch, per se sogar ein Abwärtstrend. Aber wir müssen jetzt zum Neunerstag dahingehend schon ein bisschen aufpassen, weil natürlich dadurch, dass er jetzt unten nicht so richtig rauskommt und auch ja nach sichtlicher Schwäche, die wirklich aus dem asiatischen Handel immer wieder reingebracht wird, einfach nicht rauskommt. Ja, und das immer wieder nur auffängt und kompensiert und so ein bisschen. Man hat so ein bisschen Eindruck, der ist auf, der ist auf Ruhemodus. Ja, dass der einfach ein bisschen, ein bisschen abwartet. Vielleicht so, na, beruhigt sich das in China jetzt? Beruhigt das nicht? Muss ich jetzt losrennen? Muss ich das nicht? So wirkt es für mich ein bisschen. Ja, dass die Marktheilnehmer, die hier den Kurs eben formen, noch so ein bisschen der Abwartehaltung ist. Weil wie entwickelt sich das Ganze dort zu zweit? Ist das wieder bloß so ein Eintagsfliege, wie man das aus den letzten Wochen kannte? Ist ja nun nicht die erste Woche, dass es in China da ein bisschen brodelt. Das hat man, das haben wir schon seit ein paar Wochen. Das sieht man auch an den dortigen Aktien. Die haben nicht erst seit Anfang dieser Woche angefangen einzudrehen. So und hier muss man jetzt ganz krass sagen, also ich könnte mir fast vorstellen, wenn hier an einem Tag mal neutral bei den Chinesen läuft oder im asiatischen Handel, da ist ja auch der Nikkei, der mit abgibt. Das ist also, streicht das. Das ist komplett. Das geht dort über die breite Bande. Da wird überall ein bisschen weggedrückt. Sollten die jetzt mal neutral handeln oder vielleicht sogar mal einen kleinen Rebound einleiten, dann hält der DAX schon oben raus hier. Guck mal, das ist fast eine Trendlinie. Wenn wir das hier durchziehen, hier unten, das liegt wie im Parallelogramm dazu. Das ist fast ein kleiner Channel. Das heißt, wenn er sich jetzt über 39, 49, das kann schon reichen, wenn er über 39, über 49 jetzt zum Mittwoch rausläuft, dass es ihn dann klack, 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 nach oben in die Gaps reindrückt und dann steht er bei, macht das erste zu bei 1954, dann macht das zweite zu bei 1985 und dann steht er auch relativ zügig wieder hier oben am Allzeithoch, 1620. Das ist ja nicht viel. Das sind dann keine 100 Punkte, na doch, es sind genau 100 Punkte, die da fehlen. Aber wenn er hier oben steht und hier drüber geht, sind das keine 100 Punkte mehr. Das ist schnell gemacht und da muss man ein bisschen aufpassen. Ich glaube, das ist eine relativ leicht durchlaufbare Zone einfach jetzt. Einfach schon bei den Gaps dann auch anziehen. Also da würde ich drauf achten. Wenn wir so drüber nachdenken, was haben wir gestern gesagt? Gestern haben wir auch gesagt, ja, gut hochgedreht, soll aber vielleicht nach dem Gap-Kloss wieder nach unten, dann nochmal neues Tief, hatte ich gesagt, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er dann aber auf diesen alten Hochs hier erstmal wieder stabilisiert. Das hat er auch getan. Im Bereich um 830, 800 hat er sich hier sein neues Tief geholt. Das war okay, das war so gewollt und hat das aber halt auch erstmal wieder stabilisiert. Das ist nicht runtergefallen halt. Und das wäre schon Pflicht. Also wenn er Tief will, dann 760 hier unten mal ansteuern, 780, 760 ansteuern und dann umklappen das Ding. Und dann kommt auch wieder eine 670. Aber wenn er die Unterstützung dort halt nur hochkauft, dann wird es irgendwann eine Frage der Zeit, bis er nach oben ein neues Signal bringt. Und wenn dort dann wieder Kaufkraft reinkommt, dann kann das schnell schieben. Und deswegen würde ich wirklich so aufpassen. Also über 49, 59 sollte man schon zum Mittwoch die Longseite nicht außer 8 lassen. Ah, der kann leicht bis 16,20, der kann leicht auch drüber. 16,065 hat man hier, die 16,118 hat man hier, dann sogar 16,230. Es bleibt alles gültig, das kann man hier vielleicht ein bisschen nachziehen einfach nur. Ja, und ansonsten hat er da unten noch, ach halt, das war jetzt verkehrt, aber ist egal. Ja, so, das lassen wir so. Und ähm, ja, ich wüsste jetzt nicht, wie ich euch den Trigger hier heransetzen soll. Das sind so viele Unterstützungen, die er hier hat. Das lässt sich nicht schön ziehen, auch im Fallwinkel, für eine Flagge. Kann man nicht schön. Man kann den prozüglich gerade schlecht shorten. Das ist einfach so. Man, man sieht es ja auch. Man sieht es ja auch, warum, ne? Also, das, das neue Tief, das wird da direkt wieder hochgekauft und es wäre davon auszugehen, dass auch das neue Tief wieder aufgekauft wird. Das macht es für einen Short-Trigger hier schwieriger zu platzieren, dass es leichter in abdrehende Erholungsbewegungen reinzumachen. Oder, wenn er zum Beispiel ein bulliges Signal negiert. Das sind, das sind unheimlich schöne Short-Einstiege für, äh, für solche Pattern. Wenn er jetzt hier einen bullischen Ausbruch bringt und dann aber direkt sich auskontert, ein neues Tagestief reißt, nachdem er hier eine fette grüne Katze nach oben gestellt hat, das wäre ein schwäches Signal im Sinne einer fehl, wie soll ich denn das sagen, einer fehlgeschlagenen Trendfortsetzung. Ja, also hier oben raus, das wäre ein viel, viel, viel schönerer Short-Einstieg beispielsweise, als sich jetzt hier unten an einem neuen Tiefe einen stoppen zu lassen. Auf Short-Seite, das wird wahrscheinlich, kein schöner Trade, wird wahrscheinlich auch direkt nach hinten loslaufen und dann Richtung Stopp reizen und, ah, das muss man nicht unbedingt so drin haben. Und von daher ist es fast das attraktivste, was man benutzen kann, der Bereich und eben oben raus. Hier ist einfach, hier über 49, 59 geht es, um so Mittwoch sich oben raus zu positionieren. Das ist wahrscheinlich einfacher. Ähm, wie alles andere sollte natürlich wieder per Abwärtsgip reinkommen, ne, wieder per Abwärtsgip reinkommen, wäre das erneut schwächer, erneut wackelig. Und der, der, der Dienstag war auch wackelig. Der Montag war wackelig, der Dienstag war wackelig. Äh, das ist, das ist keine Dominanz, das ist keine Stärke. Aber es ist halt auch jetzt nicht so, dass Verkaufssignale massiv abverkauft wurden. Ne, die Verkaufssignale, die gekommen sind, ähm, die wurden eher immer wieder zurückgenommen. Ne, ist immer wieder zurückgeglitten. Und ja, das macht es mir schwieriger, hier unten raus zu halten. Also, vielleicht klickert er auch einfach dann noch so ab, drückte sich hier durch eine nach der anderen durch, 67, 87, gehen dann irgendwann wieder hier unten rein. Die Zone, die wäre hier interessant. Ne, hier könnte ich mir vorstellen, dass er nach oben geht, aber das wäre jetzt nicht ganz sachlich richtig, jetzt zu sagen, von hier ist jetzt das Short bis darunter. Ähm, das ist nicht, das ist nicht sachlich, ne, also es ist nicht richtig. Auch wenn sich das vielleicht, wenn es vielleicht so aussieht. Warte da, muss ich mal kurz zur Seite ziehen hier. Auch wenn das so aussieht. Aber das, das wäre auf jeden Fall eine schöne Anlaufstelle, wenn, wenn er da Schwäche beibehält. Aber wie gesagt, prozügig kann man es schlecht antraten. Wir können wirklich versuchen, auf kleineren Zeiteinheiten, Einheiten, die Erholung, wenn dann stark rot wieder ausgekontert wird, sowas zu probieren. Aber so lang, ja, ja. Oder, oder eben wie, wie gesagt, ein abverkauftes, ähm, Bullensignal. Ja, also wenn ein Bullensignal kommt und die verkaufen das ab, das wäre auch ein schöner Grund, um dann zu sagen, okay, dann, dann probiere es halt einfach mal bis hier unten hin. Ansonsten ist natürlich das auch noch eine riesengute Unterstützung hier. 780 bis 760. Das ist wirklich ganz schön widerlicher Bereich jetzt hier einfach. Das ist so. Ne, da, da, da muss eigentlich fast schon ausgehen, dass jedes Tief erst mal wieder nach oben in die Tagesrange zurückzieht. Ah, das ist, müsste man hier wirklich unterstellen. Ist so. Punkt. Kann ich auch nicht ändern. Das bleibt so. Egal, wie oft ich darüber nachdenke, ob ich, und wie ich es anders formulieren kann, das bleibt einfach so. Ja, also die Zone ist, ist eine Unterstützung für Long. Ne, ist so. Deswegen zieht er da halt hoch, ne, steigen Käufer ein und kaufen dort. Ja, und das wird auch wahrscheinlich an den nächsten Tief so passieren. Die würden erst rausgehen, wenn er das hart nach unten weghaut. Und ich glaube, da muss er auch hier durch, ne, da muss er da unten durch. Und dann, dann entstehen hier wieder richtig technische Freiräume. Oder er muss halt wirklich mal so ein Bullensignal einfach abverkaufen, dass die halt sehen, okay, ne, ne, vielleicht kaufe ich doch nicht das nächste Tief, wenn er oben raus so böse abgestraft wird. Ähm, das wäre ein schöner und ansonsten Long. Ja, also Long-Verteil ist schon noch da. Wir liegen oberhalb der Unterstützung. Wir liegen oberhalb der alten Allzeithochs. Wir liegen auf einem hohen Niveau. Wir haben grüne Tageskerzen. Wir haben immer wieder ausgekonterte Schwäche, auch wenn es jetzt nicht in bullischer Ekstase ausgeendet ist. Aber ich kann mir vorstellen, dass das halt einfach so ein Abwartemodus ist, ne. Wie geht das da jetzt weiter mit in China? Wie geht das weiter im asiatischen Markt? Beruhigt er sich jetzt? Beruhigt er sich jetzt? Beruhigt er sich nicht? Und kann schon sein, dass unser DAX dann auch irgendwann anfängt, nach dem Verfall vielleicht auch hinterher zu sporten. Das geht. Das kann er. Das sieht man auch manchmal in solchen Phasen, wo er so eine Wartehaltung einfach einnimmt und andere Indizes machen lässt. So oft sind es die Amerikaner, ne. Da sieht man die Amerikaner schon weit vorausrennen und alle sagen, ah, der DAX, ich gehe jetzt Long im DAX und der macht schon jetzt nochmal ein neues Tief, stoppt die alle erst nochmal aus, flummelt irgendwie zur Seite rum und holt es dann hinten nach, wenn die anderen einfach zur Seite laufen. Ja, das ist der eine Weg oder halt tatsächlich der andere. Man wartet, bis sich der Bereich dort wieder beruhigt hat, wieder positiver wird und kauft dann. Ja, und ich denke, das wird hier ein bisschen der Impulsgeber sein. Rein technisch ist es genau das, was wir sehen. Es ist momentan ein Abwarten. Es ist kein Aufspringen auf Abwärtsstrecken. Auf Verkaufssignale wird nicht aufgesprungen. Es werden eher Verkaufssignale zum Positionsaufbau genutzt. Aber man sieht halt auch keine Ekstase. Es gibt auch Verkäufer, die eintretende Erholung doch eher zur Positionsreduzierung nutzen. Und das ist, also so vom Verhalten, deutliche Zurückhaltung einfach. Und das aber auf einem Bereich, der recht hoch ist. Ja, und wenn er den so halten kann, dann spielt die Zeit für ihn nach oben. Ja, das muss auch dazu gesagt sein. Und deswegen würde ich schon zum Mittwoch hier ein bisschen aufpassen, wenn der über 9,30, über 9,40 geht, dann hat er Potenzial, oben rauszugehen. Die Marken kennt er, die sind unverändert. Unten ist, wie gesagt, ganz schön widerlich. Aber da kann man vielleicht auch mal gucken, dass man vielleicht Umkehrsignale sich sucht und dann mal Long probiert. Nicht gegen die roten Kerzen, gegen Long. Das ist auch nicht gut. Das soll auch bitte so nicht rausverstanden werden. Wenn ich sage, neue Tiefs werden wieder verkauft. Aber man kann ja da kleinen Zeiteinheiten, ein Umkehrsignal abwarten. Und wenn da schön Stärke reinkommt an einem Tiefnen, dann kann man da auch Long gehen. Das ist okay. Sicher, dass so einem Tief ab und fertig ist. Aber jetzt nicht die roten Kerzen in der Longposition aufbauen. Das wäre auch nicht. Das wäre eine Fehlinterpretation meiner Analyse. So macht man das auch nicht. Ja, aber ich würde schon denken, dass das ähnlich wird, wie das, was wir am Montagdienstag gesehen haben. Und dann haben wir wieder dieses typische Bild aus den letzten drei, vier Wochen, aus den letzten drei, vier Monaten, wo der Montag, Dienstag, Mittwoch so langsam abgleitet und dann Mittwoch, Donnerstag sich wieder aufdreht. Freitag wieder Wochenkerze grün macht. Ich sehe es, ich rieche es schon fürnlich kommen. Aber alles Step-by-Step. Brodelt auch ganz schön da. China ist gut rot immer wieder alles. Gucken mal. Gucken mal. Es riecht auf jeden Fall anders. Es ist ein anderes Momentum gerade ein bisschen drin. Die Abwärtscaps, die machen auch auf jeden Fall Eindruck, auch wenn wir sowas in solchen Phasen ja auch immer wieder haben. So schwache eine Eröffnung hier. Seht ihr, das ist nicht neu. Hat unseren DAX nicht umgebracht. Der muss halt wirklich in eine richtige Abwärtstrendfolge, wenn er unten raus will. Und die sehen wir einfach nicht. Wir sehen nicht, dass neue Tiefs verkaufen. Das sehen wir nicht. Und solange wir das nicht sehen, muss ich sagen, liegt der Vorteil jetzt sogar leicht noch auf der Oberseite. Aber auch dort müssen halt erst entsprechende Bereiche umgeklappt werden. Und dann ist es aber eben auch nicht mehr schwer. So und von daher kann ich hier gar nicht mehr sagen. Tagesschau brauchen wir uns nicht angucken. Das sehen wir hier schon alleine, wie die Tageskerze aussieht. Die hat hier eröffnet, hier geschlossen. Das heißt, sie hat einen super langen Schatten unten auf der Oberseite und einen kleinen Kerzenkörper auf der Oberseite. Ist grün. Oh, ist eine Banane. Die sagt uns nichts. Ist tiefer wie die Vortageskerze. Noch tiefer als die Vor-Vortageskerze. Ist mal drunter gewesen, aber es sind halt auch nur Lunden. Immer wieder nur Lunden, die der Markt nach unten stellt. Und das aus Tagessicht auch. Komm, ich zeige es euch jetzt halt, wenn ich die ganze Zeit. Ich habe es genau vor Auge. Aber vielleicht hat es der eine oder andere nicht vor Auge. Und jetzt sehen wir hier Lange Lunte, Lange Lunte. Und das ist oft dann so ein Zeichen, dass ich hier nochmal aufdrehe. Guck mal hier. Lange Lunte, Lange Lunte, Lange Lunte. Und aufdrehen. Und sowas könnt ihr dann hier auch einsetzen, wenn das jetzt dabei bleibt. Ansonsten, mittleres Tagesband haben wir im Bereich um 700 rum. Das wäre hier aus der Perspektive ein schönes Ziel. Ja, das ist dann hier die Knautzone. Bis dahin kann sich das Durchschnitt noch fortsetzen. Wir gucken jetzt mal. Wir gucken mal, wie ihr auf das Bullish-Signal anspringt. Wenn ihr die 39 überwindet, dann bieten sich Lange Chancen. Oder wenn ihr das eben auskontert, dann den Shot draufdrücken. Und belassen wir es dabei. Ich wünsche euch viel Erfolg zum Mittwoch. Und holt euch eure Punkte. Und dann sehen wir uns morgen wieder. Bis dahin. Tschüss. Guck mal. Wir gucken mal. Untertitelung des ZDF, 2020